Und damit Willkommen bei einem weiteren Spiel zum Sonntag, heute Dutchman's Dash. Ja, wir haben es mit den Antirationen in letzter Zeit. Simon Says, Mirror Magic, jetzt Dutchman's Dash. Es ist ein SpongeBob-Spiel, wie man unschwer erkennen kann. Und die Blasen machen witzige Geräusche. Aber ich will nicht so viel Zeit verschwenden, das Game ist doch relativ lang. Naja, ich bin nicht wirklich bereit, ehrlich gesagt. Deswegen... Ich habe ein bisschen Schiss. Oh, das ist sogar ein Angriff, Gerda. Ich bin trotzdem getroffen. Dann ist meine Waffe schon mal weg. Ich kann jetzt nichts anderes machen, glaube ich. Ja, es ist so halb-blind. Ich weiß, was man so machen kann, aber auch nicht alles. War das Geräusch in der Hüftigen Zeit. Oh, das ist ein Wasserloch, dann darf ich nicht reinfallen. Warum will ich denn noch was bei der Quassenkrambe irgendwie? Oh, ich darf was schmeißen. Ich habe halt nicht so viel Leben und deswegen darf ich nicht drauf gehen. Ich muss nämlich wahrscheinlich alles nochmal machen, wenn ich sterbe. Ich habe es nie geschafft, das Game. Was? Ist das ein Checkpoint? Ja. Taddeus ist der Checkpoint. Ja, der gehe ich nicht gut auf. Warum ist er jetzt nicht so weit gesprungen? Trottelä. Kann doch nicht schon im ersten Level Leben verlieren. Geht doch nicht. Was ist das jetzt? Oh, scheiße. Die Kanonenkugeln sind, glaube ich, das Schlimmste. Hol dir was. Ich muss mich verteidigen können. Hettrige. Du Dauergrinst. Warum grinst er so heftig? Ihm ist die Gefahr nicht bewusst. Ist die dumm, ey. Mann. Ich muss mich das da holen, ohne dass was kommt. Oh, was ist das denn jetzt hier? Ah, ich kann mich auch ducken. Oh, gut. Ja, da war jetzt nicht so viel zu holen anscheinend. Level 1 geschafft. Ich weiß nicht, wie viel es gibt. 5 oder 6 vielleicht. Okay. Next. Dann schauen wir doch mal. Ja, dann wir das rein, Patrick. Ich hab doch noch was. Lassen wir das da mal. Kann ich das unendlich oft benutzen? Oder hab ich irgendwie... ne Anzahl? Ich seh's grad nicht. Ich schmeiß einfach, wenn ich das habe. Das wär so ein dummer Haken. Shit. Ich kann auf dem Schirm, aber... Junge. Auch stehen, warte. Okay, springen so rüber. Habt keinen Sinn. Ey. Fuck, ey. Das ist der dumme Move, aber... damit treff ich weniger als mit dem Fall. nicht werfen kann. Also... mit dem Fall nicht werfen kann. So... Ja. Checkpoint. Das war ein relativ weiterer Schwung. Hier, nimm das da wieder. Genau. Aber bisher läuft es ja relativ gut eigentlich. Unerwartet gut. Das kannst du ja stehen lassen. Das stimmt kommt nicht wieder Kanone, oder? Oh, ne. Was viel schlimmeres kommt. Irgendwelche Chili-Tropfen von Höhlen. Was sagt denn? Das ist aber scheiße. Das weiß ich doch. Ja. Wir sind unberechenbar. Stammt. Warum muss ich das sein? Mästlich hätte ich da lassen sollen. Ich hab's grad so geschafft, ey. Ich bin noch bescheuert, ey. ich sollte die ausgaben gar nicht benutzen wenn ich das coolere power hier unten ist doch okay ab 50 ging ich in euer leben oder wie lieb es aber na ja fleißig nach der jungen das war voll der schub nach rechts fletzlich Ah ne, auf 100 wahrscheinlich Komm ich da rein? Erstmal komm ich da rein Ist irgendwie so am Fass vorbei oder was? Ah Oh, das ist von unten, naja gut Geht auch Abschmeißen Wirf ab ey Ne Alter, wobei, wir können das brauchen So viel ist nicht Wir bis zum neuen Leben wahrscheinlich Ja Nein, nicht das alter Das stecken Boah Das hier zum Beispiel Na shit, jetzt krieg ich das da oben nicht Jo, ey Wie gut Ich schlag mich wie gesagt deutlich besser als erwartet Ich dachte Ich dachte vielleicht mal rein Das scheint sich Shit Ich wollte gerade sagen, das scheint sich ja gut zu machen, wenn ich halb verschlafen muss Denn das bin ich gerade, ehrlich gesagt Boah, das war schon mega fast Merke ich Der ist richtig schnell unterwegs Junge Was, bitte Warum bin ich da jetzt getroffen worden Was war das denn jetzt Wie dumm Äh, ja Muss man nicht hinterfragen Could you Ich habe nichts dran Ich habe mich zu machen Es zahlen die Problem wie Ach komm schon eaten Dannst du Tschüss Kann ich Ich dachte, ich habe eine reelle Chance, das schnell zu packen, das Game. Okay, das nervt. Oh, du, 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 da, fuck mich ab. Das Game, krass. Oh, scheiße. Wie aussieht, wenn er sich duckt. Junge, das ist gerade so dumm. Das, ey. Der. Ach, scheiße. Boah. Ja, Checkpoint, Checkpoint. Alter. Fast hätte mich die Linkse, weil ich mich bei der Rechten ducken wollte. Das muss ich irgendwie rennen. Wie soll ich das denn? Och, Mann. Und da ist da oben ein Haken. Ist da oben ein Haken? Ich habe nicht gesehen. Nee. Wie soll ich denn darüber kommen? Wie soll ich darüber kommen, bitte? Hä? Das ist keine Chance, Alter. Junge, ey. Boah. Mann, ey, das nervt. Das nervt. Das nervt. Boah. Okay. Warum ist das gerade so scheißlos, ey. Ja, natürlich, weißt du noch die Chilli-Troffen runter, ey. Hier ist ein Leben fasch. Wo ist sie? Ich bin... Ich habe gerade irgendwie das Spiel verraten. Are you ready? Oh. Warum ist da genug gewesen? Na, da, da. Okay. Das fuckt gerade nur noch ab. Das fuckt gerade. Ey, das fuckt gerade nur noch ab. Das fuckt gerade nur noch ab. Das spiel. Junge, fuckt das ab. Kann ich jetzt bitte das Level-Ubi schaffen mit dem letzten Leben? Ja, ja. Verarsch halt die Gravitation. So. Okay. Toll. Cooles Game. Cooles Game, oder? Jetzt ist meine Stimmung im Arsch. Jetzt ist meine Stimmung im Arsch, oder? Was ist das für ein Scheiß-Game, ey? Was ist das für ein Scheiß-Game, ganz ehrlich? Ja, ist das fair. Cool, vom Haken direkt in den Gegner gezogen zu werden. Super-Game. Ich kriege mich nur noch auf, ab wie so lange. Ich weiß, aber. Was willst du machen? Ich bin vorhin bei Level 3 auch drei miteinander gestorben durch dumme Sachen, also. Soll ich jetzt wieder hier rüberkommen? Boah, ey. Ich kriege nicht hier Aggressionen gerade. Ich kriege richtig Aggressionen gerade, aber richtig heftige. Boah. Komm, wir das Zeug da. Bitte sagen wir das Zeug. Ich bin ja eigentlich schon so gut wie beim Fliegen von Ländler, oder? Ich habe ja vorhin schon ein bisschen was gesehen, was danach aussah. Also ich hoffe mal, dass das vielleicht sogar das letzte Ländliche ist. Wer weiß. So, jetzt nicht noch da, freck' mir der Scheiße. Die zweite Hälfte wieder. Ich war hier nochmal so los. Oh, nee. Ich mach das irgendwie, mach das unmögliche möglich. Ich dich nicht mehr. Jungen, wie ist der da manchmal der Luft? Das biegt mich völlig aus dem Konzept. Ich bin in der Luft, der stehen oben. Oh, hier war das irgendwo, ne? Ja. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist er? Oh, fuck, 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 ich bin hier weiter. Ich bin, komm schon, komm schon. Okay, okay, okay. Okay, okay. Wieso schreib ich das nicht aus. Wieso Ultimate S혼issів nicht aus? Wieso reist der sprungig aus? Nein, wieso reist der sprungig aus? Wieso reist der sprungig aus? Fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck das game, fuck Das game values game, fuck. Fuck Das game. Ich klimma. Ich hab das letzte L will. ich bin ja nicht getroffen und ich habe nur ein bisschen okay ist dass der jetzt wusste er dass der boss ist wie macht man das? wie macht man das? ahja cool cool einfach mal auf ihn drauf springen? ich muss echt auf ihn drauf mann so ne scheiße und noch mal den dreck spielen ok hier leben der hat keine chance was war das denn jetzt wie schnell war ich jetzt weg mit leben nein warum sterbe ich jetzt die gesamte zeit über? ich raste aus 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 ich halte jetzt die Schnauze warum habe ich ihn nicht getroffen? ich verliere wieder ich verliere wieder klar werde ich da einfach durch ich falle da einfach durch tödlich falle ich da durch so jetzt wird hier wieder oooohh egal ich hab noch was einfach ein bisschen mal konzentrieren das kann nicht so schwer sein ich würde doch nicht von so einem scheiß kinderspiel siegen lassen ey das ist komisch irgendwann gut regt das auf regt auf regt auf regt auf regt auf ich glaube ich wie auf man den treffen muss äh kaum schon trifft ihn hab ich's ich hab's oder ich habe es glaube ich ja ja komm mit gary ab und gut ist was die building level du bildest jetzt keine ich hatte das spiel ich habe das spiel nein das ist jetzt nicht nein ich spreche dass sie ab an dieser stelle ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich will es gehen nicht mehr zocken ich will es gehen ich habe die fresse ich halte die fresse ich halte die fresse wie ich den sprung geschafft nein ich muss jetzt nicht das gesamte spiel rückwärts laufen das ist jetzt nämlich ich muss das gesamte spiel rückwärts laufen ich muss das gesamte spiel rückwärts laufen will ich mich verarschen nein das ist nicht möglich das ist unmöglich ich kann jetzt nicht jedes der mir noch mal rückwärtsspiel vergisst das vorbei an der stelle so ein tricks game ich habe keine lust mehr das ist dieses spiel ist unfassbar scheiße ich habe noch chancen theoretisch wenn ich jetzt noch ein bisschen was sammeln und die hinteren sind ja leichter also unmöglich ist nicht es ist nicht unmöglich muss einfach nicht zusammenreißen jetzt mit dem hallo hallo qualle qualle es leckt es leckt scheiße egal ich habe 62 nicht von diesem so das war's mit dem spielschuss ich wage tatsächlich doch noch mal einen versuch und ich habe vier leben vor dem kampf gegen den fliegenhörner hatte ich acht leben kein der kann auch schießen das muss nicht mal darum ist die stelle der blöde eigentlich ich bin jetzt relativ zuversichtlich kommen man ich bin im zweiten der wir jetzt also eigentlich bei ich kriege wieder ein der acht aber ihr wisst was ich meine und am besten da ist nichts wenn ich eine waffe auf damit kann ich den zulässigen hit aushalten das ist mein gedankt weil ich die keine waffe hier ich bin noch mal hier ich bin noch mal hier ich bin noch mal hier ein treffer nach dem anderen das ist unmöglich das ist unmöglich zu schaffen das ist unmöglich zu schaffen ich hatte so viel leben ich bin runter auf gar nichts mehr ist hier was zum nein da ist natürlich nichts ist hier was dann ist auch nichts klar ich brauche ein leben ich brauche ein leben ich brauche ein leben ich brauche ein leben ich brauche ich brauche ein leben ich brauche es uns nicht oder ist nicht ich brauche zu machen ich brauche es ist ich brauche es ist ist das ein scherz gerade das kann man nicht schaffen du kannst dieses spiel nicht schaffen es ist völlig unmöglich es kann ja noch möglich welches kind soll das denn schaffen bitte gibt es ein kind das so was schaffen kann jetzt mal ich habe verloren ich habe wieder verloren ich habe wieder verloren ich kann nicht mehr